so liebe leute ich wollte eigentlich jetzt mich nicht aufregen aber natürlich liest der live stream und an gestrigen tage keine andere möglichkeit ich habe von einem kommentar gehört der unter aller sau ist wo ich mich wirklich fragen muss hast du nichts besseres zu tun als andere leute dumme unterstellungen zu machen also ich verstehe es nicht der kommentar also ich hatte gehört der kommentar lautete ich habe du hast mich vergewaltigt ich werde dich melden so das ist es ist jetzt einfach nur ein kommentar der weiß was weiß ich für ein hohes maß an erbärmlichkeit und ehrlosigkeit steht weil einem anderen eine vergewaltigung zu unterstellen bloß weil er bloß weil das weil er selber dann nicht selber schon gut klarkommt mit seinem leben also das ist wirklich unter aller sau und das schlimme ist wegen solcher leute haben diejenigen die eine vergewaltigung erlitten haben die arschkarte weil den glaubt am ende niemand durch diese wahrheitsverzerrung und das ist wirklich unter aller sau der nächste kommentar der so lautet den werde ich löschen und dann werde ich denjenigen melden und blockieren also sowas geht nicht wenn ihr ein problem mit mir habt dann spreche ich mich darauf an aber unterstellt mir nicht so eine scheiße alles klar